Hallo und herzlich willkommen zurück in Neverball und wir fangen jetzt an mit den schweren Leveln. Die mittleren Level haben wir ja bisher geschafft und das heißt wir fangen jetzt mit den schweren Leveln an. Ich bin sehr gespannt. Ja, der Ball passt sehr gut durch diese kleinen Löcher. Naja, da bin ich doch... Okay, ups. Jetzt habe ich meine Maus bewegt, das war nicht so intelligent. Wie viel müssen wir? 30. Okay. Halt. Hier muss man mit sehr viel Fingerspitzengefühl rangehen. So, jetzt haben wir es... Halt, 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 nicht dort reinfallen. Ui, ui, ui. Na gut, das sieht jetzt nicht so schwer aus, hier das Level, aber es ist... extrem oft Zeit. Aber da haben wir es auch nochmal geschafft. So, nein, das wollte ich nicht spielen, nicht nochmal spielen. Level 2. Nehmen Sie die Lüfte nach oben. Sie bewegen sich schnell, also drödeln Sie nicht zu lange. Okay. Ui, ui, ui. Jetzt. Was ist das hier? Ein Schalter. Hm. 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 Schnell drauf. Oh. Schnell. Na, knapp verpasst. Wir legen jetzt erstmal hier rechts den Schalter um. Ei, 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 oh. Es wird die Zeit knapp. Ich hoffe, das reicht noch. Ah, Mist. Los, 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 los. Komm, 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 komm schon. Oh, nö, das hätte auch... Das hätte man auch noch gelten lassen können. Oh. 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 Halt, uuuiui, na los, löst jetzt mal diesen Schalter aus, Mensch, das ist doch... Halt, 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 H Jetzt schnell rüber. Das hat gepasst. Los. Oh, das war jetzt aber richtig knapp. Eieiei, Leute. Aber es hat noch gereicht. Ne, ich will jetzt nächstes Level spielen, Mensch. Level 3. Um hier weiterzukommen, müssen sie gegen die Ränder stoßen und ihre Sprünge kontrollieren. Oft ist es am einfachsten bei einer Ecke. Was? Ah. Ist nicht wahr. Oh. Ach, dort gibt es auch... Ah, ich habe schon eine Idee, wo wir das machen. Halt. Wir sammeln uns auch mal bevorzugt hier die blauen ein und dann... Was ist denn das jetzt hier wieder für ein Mist? Ich will dort wieder hoch. So. Nicht, aber nicht dort runter. So. Und ins Ziel. Mensch, kann der mal immer das neue Level starten? Das ist doch blöd. Level 4, irgendein Schwung könnte ihr zum Verhängnis werden. Hm. Das sieht schon mal lustig aus. Halt, halt, halt. Vorsicht. Ja, so war das natürlich nicht gemeint. Kann hier abkürzen. Ja, das könnte ganz knapp reichen, wenn ich mir das so angucke. Ja, aber dann prallt man dort ab. Also das scheint es doch nicht zu bringen. Oder? Nee. Halt, 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 halt. Oh. Oh, was ist denn das? Nein. Ich glaube, man muss hier genau... ...relativ genau die Stelle treffen. Halt, 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 halt. Jetzt hoch, 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 hoch. Ja, so klappt das. Langsam. Aber wie will man das zeitlich schaffen? Das geht doch gar nicht. Set, go. Oder muss man hier wirklich irgendwie abkürzen? Nee, da bist du auch zu schnell dann. Oder? Ah, nee. Na gut, wir müssen es halt auf den richtigen Weg probieren. Und der war schon wieder zu schnell. All out, ready? Set, go. Set, go. Oh, vielleicht geht das mit der Maus doch besser. Ich probiere es mal. Ja, mit der Maus kann man deutlich dezenter ankippen. Ah, oder auch nicht. Halt, 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 halt. Oh, schon wieder zu früh. Er hat zu spät gebremst. Halt, 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 halt. Genau, jetzt nach vorne holen. Oh. Stopp. Oh, das war knapp. Und jetzt einfach... Halt, halt, halt. Halt, 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 halt. Halt, ich gehe fest. Stopp. Mach dich hoch. Uff. Ist nicht wahr. Ich glaube, das ist in der Zeit nicht zu schaffen, oder? Halt, fertig, setz, go. Ach, es ist ja ein öliges Level. Sobald ich nach rechts nachkorrigiere, fällt der runter. Oder ist wirklich die Abkürzung hier vorne der Schlüssel zum Erfolg? Scheinbar geht das. Hier abzukürzen. Aber man kriegt's nicht gehalten dann. Hm, das nützt mir jetzt nie viel, wenn ich dort einfach schon weiter mache. Vor, vor, vor. Halt, 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 halt. Halt, 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 halt. Doch, so könnte das funktionieren. Ich probiere das auch mal weiterhin. Achso, natürlich jetzt nicht. So, halt, 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 stopp. Wie ist das zu schnell gewesen? Hm. Set, go. Fall out, ready, 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 set, go. Das ist doch ein Mist. Das ist doch ein Mist. Fall out, ready, set, go. Hm. Ready, set, go. Fall out, ready, set, go. Ja, das ist doch zum, zum Reiern. Jetzt. Halt. Okay, das ist doch ein Mist. Okay, die Abkürzung ist prinzipiell machbar, aber... Es ist wohl ein bisschen mit... Können verbunden oder sowas. Ready, set, go. Ja, ach, naja, ich probiere es in der nächsten Folge einfach noch mal. Das ist mir jetzt ein bisschen zu müßig. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss, Vielen Dank.